Verteilerverkehr, schwerer Verteilerverkehr, Sie sehen, leicht einzusteigen, für unsere Aufbauhersteller sehr gut zu modifizieren. Das Auto gibt es nur in Euro 6, der Ramsauer ist bereits angelaufen. Insofern, wir haben ein breites Produktpalett bereits in Euro 6 zum Angebot für alle Spediteure. Kann man die Scheibe vor dem Wagen runterlassen? Herr Rappdauer? Ja, da ist sie noch rausgehoben. Danke.